Ich lerne Deutsch. Nahezu. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Wort nahezu wird verwendet, um eine annähernde Vollständigkeit oder eine Annäherung an einen Zustand oder eine Menge auszudrücken, ohne dass dieser Zustand oder diese Menge vollständig erreicht wird. Das Wort nahezu wird verwendet, um eine annähernde Vollständigkeit oder eine Annäherung an einen Zustand oder eine Menge auszudrücken, ohne dass dieser Zustand oder diese Menge vollständig erreicht wird. Der Marathonläufer hat die Strecke in nahezu zwei Stunden beendet. Der Marathonläufer hat die Strecke in nahezu zwei Stunden beendet. Der Marathonläufer hat die Strecke in nahezu zwei Stunden beendet. Betont, dass die Zeit des Läufers fast, aber nicht ganz, zwei Stunden betrug. Das Konzert war nahezu ausverkauft. Das Konzert war nahezu ausverkauft. Betont, dass fast alle Karten verkauft wurden, aber noch ein paar übrig waren. Es war nahezu unmöglich, einen Parkplatz zu finden. Es war nahezu unmöglich, einen Parkplatz zu finden. Betont, dass es sehr schwer war, einen Parkplatz zu finden, aber nicht völlig unmöglich. Die Aufgabe war so kompliziert, dass es nahezu alle Schüler schwer hatten. Betont, dass fast alle Schüler Schwierigkeiten mit der Aufgabe hatten. Er hat nahezu den gesamten Tag im Bett verbracht. Betont, dass er fast den ganzen Tag im Bett war, aber vielleicht einige kurze Zeitabschnitte nicht. Der Film dauert nahezu drei Stunden. Betont, dass die Filmlänge fast drei Stunden beträgt, aber etwas kürzer. Sie sind sich in ihren Meinungen nahezu einig. Sie sind sich in ihren Meinungen nahezu einig. Sie sind sich in ihren Meinungen nahezu einig. Betont, dass ihre Meinungen fast vollständig übereinstimmen, aber es könnten kleine Unterschiede geben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's.